Wir sind jetzt hier in der kanadischen Ecke beim Leonhard Fuss, Schnitzelhaus Nummer 1, kanadische Ecke, deshalb, weil der Leonhard ist ein Kanada-Fan, deshalb lodert hier auch ein Feuerchen und wir wollen mal bestellen, aber es ist wohl so, dass wir eine Überraschung kredenzt bekommen, oder? Ja, wir haben eine Spezialität unseres Hauses vorbereitet, das ist das Schlemmer-Schnitzel und für die Diana habe ich gedacht, machen wir das mit der Pute, das große ist dann vom Schwein und wenn ich sage groß, dann bedeutet das, wir haben ein etwas anderes Format als das handelsübliche, wir wollten ursprünglich ein Kilo machen, aber ich weiß jetzt nicht, ob wir da eventuell ein bisschen runter gehen in Dimension, aber wir gehen es erstmal an und ihr lasst euch einfach überraschen. Ja, da bin ich mal sehr gespannt, also man kann auf einen Schnitzel wahrscheinlich so lange draufkloppen, bis es so groß ist wie dieser Tisch hier, wir sind sehr gespannt, wenn es schmeckt, 500 Euro, Herr Fuss, wir prügeln unsere Schnitzel nicht, wir haben doch ins anderes Format gebracht, ach, das ist eine Frage der Züchtung, geklebt, aneinandergeklebte Schnitzel gibt es jetzt hier in Riesa, gewalzte Schnitzel, wir haben großen Hunger und wenn es schmeckt, 500 Euro, so sei es, Hoppigaloppi zum Wohl, ja,